Willkommen wieder zurück auf meinen Kanal TROXIS. Die neue Endwoche ist da und das neue Casino Auto ist da. Das Casino Auto kostet über 1 Million GTA Dollar. Was es für ein Auto ist, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn du neu bist, lass dir einen Daumen nach oben da und abonniert gerne kostenlos den Kanal. Würde mich sehr unterstützen. Wenn du noch keine GTA Crew hast, komm gerne meine GTA Crew. Link ist in der Beschreibung. Damit herzlich willkommen zum Video. Das Auto hat 2 Personensitze drin und es sieht mega nice aus mit der fetten Lackierung. Das Casino Auto heißt ByBeat Bijot Gasa. Sieht mega nice aus, richtig fett aufgegriffen und gönnt euch das. Jetzt paar Informationen zu dem ByBeat Bijot Gasa. Die Geschwindigkeit beträgt 150 kmh. Ist jetzt nicht recht schnell, aber das Auto sieht mega aus, also ist schon okay. Das Gewicht beträgt 2,1 Tonnen. Es ist für 2 Personen geeignet, also wieder nichts für die GTA Mission. Mehr zum angeben. Der Motor ist der FR-SOHC V8 Motor. Ist jetzt nicht ein recht guter Motor, aber der Ton ist babberhaft. Der Antrieb ist RWD. Der Kaufpreis in GTA Online beträgt unaufgetunt 800.000 GTA Dollar. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ihr freut euch auf das Casino Auto. Denkt daran an die 2,5 Regel oder wenn ihr das Auto nicht bekommt, einfach das Game neu starten, weil der Speicher nicht gespeichert wird. Das ist ein Daumen nach oben da. Abonniert mich kostenlos. Kommt gerne in meine GTA Crew. Würde mich echt freuen. suge Titan. Ich habe��� dilasst das Zuschauen. κάνst die Abschneider. Kommt gerne in denmother SprRedner. Kommt immer an. Kommt ja wieder kaputt, dein газ. Kommt schon zum Spielstarken. Drumst pick, ne��TOR Medium. Kommt Adventures Three to Wasser. Kommt dann bitte hin.